Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge an Level 2. Genau, dieses Level heißt Frisch an Zwerg. Ich glaube, das ist schon das fünfte Level von insgesamt sieben. Allerdings hat man hier im zweiten Teil wohl auch noch Bonuswelten und Bonusmaterial zu spielen. Und genau, mal schauen, was jetzt auf uns wartet. Im ersten Teil wurden die Level ja quasi eigentlich immer dunkler und düsterer und böser in dem Sinne. Mal schauen, wie das hier so sein wird. Wahrscheinlich Polizeihunde, vermute ich mal. Die Kinder werden ja abgehauen sein. Und, oh, wurden dann sicherlich als vermisst gemeldet. Also entweder könnte ich mir vorstellen, dass es hier Kinder sind, die abhauen und dass hier ein Hund ist, der... Ich mach mal mein Dings ein bisschen leiser hier, Moment. Polizeihunde. Oder wir befinden uns hier halt auf ein fremdes Grundstück, das mit Wachhunden besetzt ist. Da unten ist, glaube ich, ein Geheimnis gewesen. Ja, da ist ein Geheimnis. Schade. Aber ich versuche das einfach nochmal, weil wahrscheinlich können wir uns da so rüberschwingen. Um uns das zu holen. Oh. Oh. Okay, da habe ich noch keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Ich habe gedacht, wir holen uns das Geheimnis hier, in dem wir da rüberschwingen. So. Vielleicht hat das Ganze ja auch nochmal irgendwie einen Sinn hier. Okay, klar, um da hochzukommen. Nur ist die Frage, wie bewegen wir den Grabenstapler an sich denn? Okay. So, ich stelle mich jetzt einfach nochmal drauf und fahre nochmal nach oben. Achso, ja gut. Ob das so viel Sinn macht? Naja, ich glaube nicht, dass wir da so rübergeschwungen kommen. Aber ich habe hier auch noch keine Möglichkeit gefunden, den Gabelstapel zu bewegen. Naja gut, vielleicht reicht das ja aus. Um da hochzuschwingen. Au. Aber ich glaube, ich übersehe hier gerade irgendwas. Wir müssen den doch irgendwie zum Fahnen kriegen können wahrscheinlich. Achso. Nee, auch nicht. Der können wir nix bewegen. Schauen wir mal meinen Teppi an. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, ich stehe hier gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch, ne? Also, dass wir hier hoch und runter fahren können, das ist logisch. Das macht auch Sinn, um da hinten hochzuklettern. Aber, wie kriegen wir diesen Gabelstapler bewegt? Der muss ja irgendwie, hier können wir nichts machen. Achso. Ja. Witzig. Zack. Ich habe den Knopf die ganze Zeit echt übersehen gehabt, ne? So, dann sind wir da oben und da haben wir schon diese bösen Monster. Ich klammer mich mal fest hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, den habe ich nicht gesehen. Mal schauen, ob hier irgendwo ein kleines Geheimes liegt, denn im Level davor haben wir wirklich nur eins gefunden. Vielleicht finden wir hier ja ein paar mehr, wenn wir die Augen ein bisschen aufhalten. Da verstecken sich die Kinder. Oh, da wurden sie gefunden. Moment, ich will mal ganz kurz hier unten schauen. Okay, hier gibt es nichts. Okay. Oh, das war... Ach so, da kommen wir auch so ran. Okay. Das scheint ja hier auch schon wieder... Aua, irgendeine Fabrik oder sowas in der Richtung zu sein. Nein, 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 nein. Okay, nochmal. Das ist gar nicht so einfach hier, die sind... Das ist gar nicht so einfach hier, die sind... Das ist gar nicht so... Das war's für heute. Ja gut, das macht Sinn. So, mit dir da rüber. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Geschichte hier ausgeht. Denn die Kinder haben ja scheinbar wirklich Angst vor irgendwas und sind abgehauen und werden nun verfolgt und gejagt. Aua, okay. Aua, ich habe vergessen, das habe ich nicht gesehen, nicht schnell genug gesehen. So. Okay, so ist wir hier eigentlich... Achso. Achso, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade, ich wollte versuchen Doch, das kann ich nochmal versuchen, so rum Da oben ist ein Geheimnis, das hätte ich jetzt gerne , So. Dann versuche ich das nochmal anders. Jetzt haben wir das doch. Damit haben wir auch das Geheimnis eingesammelt. Ich bringe einfach nach Bauchgefühl. Und juhu. So. Zack, zack, zack. Und zack. Und ja. Das war das Bauchgefühl. Au. Okay. 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 Das war's. Das war's. Nee, 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 das ist er nicht. So. So. Irgendwie macht das gerade alles gerade keinen Sinn für mich hier. Auah. So. 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 So, nun habe ich das Rätsellösungs-Doch hier, glaube ich. Manchmal ist es gar nicht so einfach.